Chilli Chilli Hoi miteinander, willkommen auf Chilli TV. Ich bin Cyril mit name Chilli und ich mache Chilli TV. Chilli TV bietet Künstler eine Plattform, um sich auf eine ganz persönliche und spezielle Art zu präsentieren. Chilli TV produziert für seine Künstler Live Shows mit Interviews und Videopräsentationen. Hoi miteinander, willkommen an Chilli TV. Wie versprochen ist heute Eduardo Nascimento bei mir. Hier auf Chilli TV Any Frame. Die Videoproduktionen sind nachher auf der YouTube Seite von Chilli TV, wie ihr hier seht, jederzeit abrufbar. Chilli TV ist ein Non-Profit Kulturförderungsprojekt. Zur Deckung der Betriebskosten ist Chilli TV auf Spenden angewiesen. Ihr seht unten eingeblendet die Windadresse. Und ich danke euch für jede Spende, sechs Jahre und noch so klein. Also bis bald auf Chilli TV. Chilli 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 TV Chilli TV Chilli TV Chilli TV